Puzzle Der begabte aber leicht nervöse Fernsehkoch kocht auch ziemlich gut und ziemlich gern Jedoch rutscht er leider ab, als er die Zwiebel schält Sodass vom kleinen Finger das letzte Stück fehlt Wow, das tut weh Er wollte grad die Unvollendete vollenden Da sah er, dass da so ein Typ mit einer Sense war Der sprach Schubert, deine Tage sind gezählt Weshalb von seinem letzten Stück das letzte Stück fehlt Weil er seiner Freundin imponieren will, ging Karl Immer regelmäßig in den Bodybuilding-Saal Bis er endlich vor ihr steht, am ganzen Körper gestellt Sie sagt, das ist ja schön und gut, aber... Karl, wie soll ich sagen... Der Bergsteiger merkt, oh hier geht es steil bergab, ah kein Problem, da komm ich runter, ich seil nicht ab Dass sein Seil zu kurz war, hat er erst festgestellt Als er auf dem Wegenstrahl das letzte Stück fällt Der Bergsteiger merkt, oh hier geht es steil bergab, ah kein Problem, da kommst du wegenst Der Bergsteiger merkt, oh hier geht es steil bergab, ah kein Problem, da kommst du wegenst Solche Lieder enden ja normalerweise Mit einer ausgeklügelten Moral Ich weiß gefragt, warum hat er uns das alles bloß erzählt Tja, ich würd's euch gerne sagen, doch... Tja, ich würd's euch gerne sagen, doch... Tja, ich würd's euch gerne sagen, doch... Tja, ich würd's euch gerne sagen... 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 Vielen Dank.